Willkommen im Briefing Room des Rotax Maxdome. Du hast dich bereits registriert, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, deine Fahrt gebucht und dein Fahrerprofil im Greenroom erstellt. Dann kommen wir nun zum digitalen Briefing mit Sicherheitshinweisen und Erklärungen zu Funktionen und Strecke. Für Fahrspaß mit maximaler Sicherheit. Allgemeine Sicherheitshinweise. Es werden nur Personen ab 14 Jahre und einer Mindestgröße von 1,45 Meter zur Fahrt zugelassen. Zur verpflichtenden Ausstattung zählen eine Sturmhaube, geschlossene Schuhe ohne Absatz, ein Vollvisierhelm, Nackenschutz und Rippenprotektor für Personen bis 18 Jahre. Dabei ist folgendes zu beachten. Der Helm muss gut sitzen. Kinnriemen und Visier sind während der Fahrt geschlossen zu halten. Haare müssen unter der Sturmhaube versteckt sein. Lose Kleidungsstücke, Schmuck und Smartphones sind vor Fahrtantritt im Spinn zu verstören. Weiters empfehlen wir Handschuhe sowie eine Sitzeinlage für festen Halt im E-Card. Aus Sicherheitsgründen sind Schwangere und Personen mit Herzproblemen von der Fahrt ausgeschlossen. Einschränkungen jeglicher Art sind dem Servicepersonal vor Fahrtantritt ohne Aufforderung bekannt zu geben. Strengstens verboten ist das Fahren unter Alkohol, Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Im Zweifelsfall behält sich der Betreiber des Rotax Maxdome das Recht vor, Personen von der Fahrt auszuschließen. Das E-Card Sitz und Pedale sind verstellbar. Das Gaspedal rechts ist grün, das Bremspedal links rot. Gas und Bremse während der Fahrt nicht gleichzeitig betätigen. Dies führt zu einer Leistungsreduktion. Leuchtet der Knopf rechts am Lenkrad blau, kann damit zusätzliche Power generiert werden. Links ist der Rückwärtsgang. Bei Bedarf leicht gedrückt halten und vorsichtig Gas geben. Beide Hände sind immer am Lenkrad zu lassen. E-Cards werden vom Rennleiter zugewiesen. Selbstständiges Aktivieren ist strengstens verboten. Nur das Streckenpersonal aktiviert das E-Card. Starten des E-Cards Bremse drücken und Startknopf nach rechts drehen. Die Lampe unter dem Lenkrad leuchtet grün auf. Das E-Card ist startklar. Die Rotax Maxdome Streckenregeln Erst wenn die Ampel grün leuchtet oder auf Anweisung des Marschalls ist das Einfahren in die Strecke erlaubt. Verhalten auf der Strecke Vor Kurven rechtzeitig bremsen Rücksichtsloses Verhalten wie Drängeln, Rämpeln oder Anstoßen ist strengstens verboten und kann zum Ausschluss führen. Schäden, die mutwillig oder durch grob fahrlässiges Verhalten entstehen, sind vom Verursacher zu ersetzen. Den Anweisungen des Rennleiters und der Crew sind jederzeit Folge zu leisten. Bei Problemen stehen bleiben, Hand heben und im E-Card auf Anweisungen des Streckenpersonals warten. Nie ohne Aufforderung der Crew aus dem E-Card aussteigen. Verhalten im Notfall Bei Feuer- oder Rauchentwicklung im Tunnel sind E-Card und Tunnel sofort über die Notausgänge zu verlassen. Brandmelder nur im Notfall betätigen Tipps für eine höhere Punkteanzahl im Tunnel Challenge 1 Route Den Tunnel innerhalb der Begrenzungen so schnell wie möglich durchfahren. Challenge 2 Collect Rote Felder meiden Grüne sammeln Challenge 3 Slalom Den grünen Pfeilen folgen und so schnell wie möglich die roten Felder umfahren. Die Überkopfanzeige Standardscreen Freie Fahrt Warnhinweis gelb Gefahr auf der Strecke Langsam fahren Es gilt absolutes Überholverbot. Flaggen bzw. Farbkopf Blau Überholen lassen Schwarz Disqualifikation Es ist umgehend in die Box zu fahren Rot Rennabbruch Es ist umgehend in die Box zu fahren Schwarz-Weiß kariert Das Rennen ist beendet Nach Überfahren der Ziellinie das E-Card auslaufen lassen Und in Schrittgeschwindigkeit in die Boxengasse einfahren Folge nun den Anweisungen des Servicepersonals und parke das E-Card Drücke den Startknopf Das E-Card ist inaktiv Folge dem Leitsystem zurück zu Station 4 Die Session ist beendet Du hast noch Fragen? Wende Dich jederzeit an das Servicepersonal Ansonsten viel Spaß Und race like never before Das 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 Untertitelung des ZDF, 2020